Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal Leute und heute sind wir auf randymc.de und spielen mal ein bisschen Lucky Egg Boss und dann sehen wir uns schon in der Runde. So Leute, in der Runde angekommen, erstmal 20 Coins ersetzen, wie immer. Leute, ich schwitze gerade so rein, auf die ich mir selber, ich weiß nicht warum, aber mir macht einfach der Spielmodus übel schwarz. Und ja, da meine Stats, ich sag mal, ich spiele seit einer Woche, sieht eigentlich ganz gut eigentlich für mich aus. So halt eigentlich schon die Runde ein bisschen voll werden. So Leute, erstmal kurz die Runde gewechselt. Der hat sich nicht gefüllt. Drei Leute sind hier drauf. Leute, ihr könnt auch gerne hier drauf schauen auf dem Server. Würde mich auch freuen, wenn ich ein paar Leute sehe, wo ihr zocken von euch. So Leute, ich nehme das Kitz Schildkröte. Da habe ich sechs Obsidian, ja. Ja, ja, müsste ich haben. Sechs Obsidian kann ich meinen Ecker gleich einbauen und ja. So Leute, in der Runde angekommen, erstmal kurz mein Texture Packet wechselt, dass die Lucky Blöcke auch schön bunt sind bei mir und keine Schwimmen sind. Leute, das ist das Kitz, ich finde es eigentlich ganz cool, weil man einfach gleich das Eck einbauen kann. So, jetzt schon mit Obsidian. Der erste, wo pushen würde, würde es nicht so schnell abbauen können. Aber, wir pushen jetzt erstmal. Ab in die Mitte. So, in der Mitte angekommen. Ihr könnt auch gerne meinen Kanal, also das Video mal teilen, den Kanal teilen, dass mir Leute kommen und ich mehr Videos machen kann. Leute, schau, so sieht jetzt das hier aus. Und Leute, ich würde ja gerne zu dem Blauen hier rüber gehen. Erstmal kurz meine Rainbow Brücke hier geworfen, was ich gerade aus dem Lucky Block rausgezogen habe. Die kann man auch nicht zerstören, auf Ehre. Jetzt holen wir erstmal das Eck von ihm hier. Und dann ganz schnell zu mir wieder nach Hause, Leute. Weil, man weiß ja nicht, was der jetzt für eine dumme Gedanken hat. Erstmal voll Iron hier noch. Okay, er hat meinen Eck abgebaut. Nö. Einen Ehrenmann oder auch nicht. Leute, ich könnte auch mich gerne auf dem Server adden. Ich spiele gerne mit Leuten. Jetzt mal die Mitte unten hier weggaschen, den Jungen. Ernannt auf Team Road. Das wird ein bisschen schwer, glaube ich, gehen, weil ich bin allein und wir sind nun zu dritt. Außer wenn sie komplett lost sind. Leute, hier hat das einfach mal eine Frage. Hättet ihr Lust auf ein Cityville-Projekt? Weil ich hätte dann so ein Server in Aussicht. Vielleicht kennt ihr den, vielleicht kennt ihr den selber Plaria.net. Also ist ein ganz cooler Server, eigentlich ein cooler Cityville-Server. Ähm, ja, der, wo ihr ihn nicht kennt. Einfach mal abchecken. Aber soll ich dann ein Projekt starten? Ich würde vielleicht auch einen YouTuber-Rang drauf bekommen. Wenn ich mir sage, ich mag gute Anstehen, dann kann ich auch ein paar Geld flosen und wie auch immer oder sowas. Also als In-Game-Geld, Leute. In der Tat. Ähm, ja. Oh, ich hab einfach den Juck gesetzt. Hä? Ich weiß nicht, wo der blau ist. Ich würde den auch gerne immer weg machen. Nö. Also mein Eck ist eh weg, also kann ich eh nichts mehr machen. Gerade egal. Leute, da sagt, da verletzt mal jemand aus dem TS zu mir so. Digga, du hörst dich an, wie bei Quadrics siehst du, Digga. Oh nein! Oh nein! Ich weiß ja nicht, ob bei Quadrics so sich anhört, aber... Ja gut. Nö. Ja, Leute, jetzt stehe ich da. Er hier, er hier, er hier. Ja, Leute. Und ich hier. Aber jetzt haben wir gleich schon hier. Der bekommt heute gar kein Knockback. Hä? Ganz stiller Basis, Junge. Ab die Post. Mach's sehr gut, Schatzi. Leute, wenn ihr mal auch Bock habt, auf ein Video mit dem Altengurgen Combo-Craft. Vielleicht kennt ihr den noch. Sehr richtig erbärmlich. Früher immer aktiv dabei. Ähm, ja, eine Runde Eggbox oder so mal wieder. Was macht der hier? Ein Schlawiner kommt von hinten. Habt ihr das auch gesehen? Aha, aha. Er will sie hochbauen. Nö. Hab ich genau gesehen, Schatzi. Muss mir gar nichts vormachen. Aha. Ein richtig schlimmer Finger, der Junge. Du Sau. Nein. Ja, eine richtig dicker Sau. Was ist das, der Wesen gerade von ihm? Ich bin ein bisschen. Leute, ich hab eigentlich keinen Bock, irgendwie gerade dezent zu verkacken. Nö. Ich ziehe einfach schon fast voll dir, dass... Trigger nicht. Trigger. Junge. Einfach mal den Müll runterwerfen. Nein. Das war gut. Schöße. Egal. Komm. Komm doch hoch. Nö. Nö. Hallo. Hello. Brr. Aha. Jetzt kommt die Schlawiner. Ja, Leute. Sorry. Ich würde sagen, das war's mit dieser Folge. Eggwurst auf friendmc.de. Leute, jointer auf den Server drauf, wenn ihr ihn unterstützen wollt. Und Leute, lasst ein Abo, lasst ein Like da. Und ruft eure Freunde an, dass ihr das Video teilen sollen. Und... Das ist das nächste Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.